Vielen Dank. Unsere persönliche Entwicklung wird geprägt von klugen und weniger klugen Entscheidungen, aber auch von schicksalhaften Umständen. Einen solchen Umstand erlebte ich 1988 in Guatemala. Dort traf ich Gustavo. Gustavo war ein argentinischer Arzt auf den Spuren von Che Guevara. Wir waren jung, wir waren abenteuerfreudig, aber vor allen Dingen wollten wir die Welt besser machen. Wir wollten mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit. Wir haben abends über politische Theorie und politische Praxis gesprochen. Ich habe ihm erzählt von der Friedensbewegung in Deutschland, von der Anti-AKW-Bewegung, von der Ausbesetzerbewegung, von der Gründung einer neuen Partei. Und er hat mir erzählt von der Freiheitsbewegung in Mittel- und Südamerika. Und ich habe begriffen, wie viel mehr Mut, wie viel mehr Courage es dazugehört, in Mittel- und Südamerika sozusagen gegen die herrschenden Verhältnisse zu opponieren. Und ich habe begriffen, wie die globalen Wirkungsmechanismen der Wirtschaft funktionieren, wie die westlichen Konzerne die Diktaturen in Mittel- und Südamerika unterstützen und wie die Kumpaneien zwischen den Eliten aussehen. Tagsüber haben wir uns Entwicklungsprojekte angeschaut und die Helfer haben uns dort erzählt, dass die meisten Projekte sinnlos sind. Denn immer dann, wenn die Helferorganisation geht, kommt das Militär, vertreibt die Menschen und tötet sie sogar. Wenige Monate später hat Gustavo mir erzählt, dass er jetzt nach El Salvador gehen wird und dort die Freiheitsbewegung unterstützen wird. Ich wollte natürlich spontan mitgehen, aber Gustavo sagte zu mir, nein, das kannst du nicht tun. Die wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser Welt werden wesentlich von den Metropolen geprägt und du musst zurückgehen nach Deutschland, du musst dort Veränderungen bewirken. Gustavo ist in El Salvador gefangen genommen worden, gefoltert und erschossen worden. Warum bin ich Social Entrepreneur geworden? Ich glaube, in Entrepreneurship liegt tatsächlich die Kraft der Veränderung. Und die Begegnung mit Gustavo hat mir gezeigt, was wir verändern müssen, weil in unserem alltäglichen Tun und auch in unserem Nichtstun sind wir Teil des Systems. Wir sind mitverantwortlich dafür, für den Unfrieden in dieser Welt, für den mangelnden Freiheitswillen in dieser Welt, für Kriege und für die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage. Deshalb bin ich Social Entrepreneur geworden, weil ich handeln wollte. Dass ich aber Social Entrepreneur bin, weiß ich erst, seit ich Ashoka Fellow bin, weil Ashoka hat diesen Begriff 2007 in Deutschland eingeführt. Und als ich Ashoka Fellow wurde 2007, bekam ich einen Brief von einem Ministerium, die mir mitteilten, welcher Sekte sind sie jetzt eigentlich beigetreten? Sie wissen doch, wenn sie Teil einer Sekte sind, können sie keine öffentlichen Fördermittel mehr bekommen. Deshalb war es ganz gut, dass sich noch andere Preise anschließend erhalten haben. Es war gut für unsere Reputation. Es war gut für unser Ziel, ein Ökosystem aufzubauen. Aber wie fing alles an? Das werde ich oft gefragt. Und es fing eigentlich viel, viel früher an. Es fing in meiner frühen Geschichte an. Ich komme aus einem kleinen hessischen Dorf als Sohn einer Arbeiterfamilie. Und Sie können sich vorstellen, wie steinig, wie lehrreich der Weg war von dort zum Wirtschaftsforum nach Davos. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Gelernt von den Privilegien, wie bei uns um Macht geklümmelt wird, wie Positionen geschoben werden. Und es hat mich resilient gemacht. Es hat mich stark gemacht und hat mir eine Intuitionsgabe gegeben, mit der ich halt eben in unterschiedlichen Milieus arbeiten kann. Sozialunternehmer oder Social Entrepreneur wurde ich aber tatsächlich erst, nachdem ich 1989 aus Südamerika zurückgekommen bin. Ich habe damals mit Freunden eine alte Fabrik gemietet in Kreuzberg. Wir hatten kein Geld. Aber wir mussten die Fabrik komplett renovieren. Also haben wir überlegt, wir müssen uns das Geld von Freunden zusammenleihen. Damals gab es aber noch kein Internet. Es gab noch keine Plattform. Also haben alle unsere Freunde angerufen, haben gefragt, ob sie uns Geld leihen würden. Aber nicht mehr als 2.000 D-Mark. Und wir haben jedem versprochen, dass er diese 2.000 D-Mark jederzeit zurückbekommt. Die Idee war einfach. Wir haben gedacht, wenn jemand die 2.000 D-Mark zurückhaben will, finden wir einen anderen Freund, der uns 2.000 D-Mark gibt. Und das System hat funktioniert. Wir hatten dann in 14 Tagen 60.000 D-Mark zusammen und haben 100.000 D-Mark Kredit bei der Bank beantragt. Wir haben ein Zentrum aufgebaut für Soziales und Kulturelles. Wir haben Veranstaltungen durchgeführt, Ausstellungen durchgeführt. Wir hatten ein experimentelles Theater. Wir hatten ein experimentelles Kino. Wir haben Sozial- und Kulturmanagementfortbildungen angeboten. Und wir haben eine Dokumentarfilmproduktion aufgebaut. Aber nach und nach, obwohl wir sehr erfolgreich waren, ist unsere Gruppe auseinandergegangen, weil wir unterschiedliche berufliche Perspektiven hatten. Und ich habe 1994 die Social Impact gegründet. Also 1994 hatten wir in Ostdeutschland eine riesige Jugendarbeitslosigkeit. Und ich habe überlegt, wie kann man Maßnahmen ergreifen, um gegen diese Jugendarbeitslosigkeit anzukämpfen. Ich war Berufsschullehrer. Also habe ich ein Qualifizierungsprogramm entwickelt, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Ausbildungsabschluss zu erreichen. Aber ich wollte das ganz anders machen, als bis es dahin möglich war. Ich habe nach vier Prinzipien gearbeitet. Erstens nach dem Prinzip, dass wir alle Vorerfahrungen und Vorqualifikationen anerkannt haben. Zweitens nach dem freien Wahlrecht auf Lernort, Lernform und Lernzeit. Drittens nach dem Prinzip einer erfolgsorientierten Strukturierung des Lernangebotes. Und viertens in der Form der Abschaffung von Leistungsstandards und Benotung hin zu Lernberatungen. Um das möglich zu machen, mussten wir den Rahmenlehrplan modularisieren. Und damit entstand der erste bundesweite Modellversuch zur Modularisierung. Die Begriffe Module, wie wir sie heute benutzen, haben wir damals entwickelt. Es hat niemand geglaubt, dass wir das eigentlich erreichen würden, dass es uns gelingen würde, junge Menschen auf dem Weg zum Ausbildungsabschluss begleiten zu können. Wir arbeiten mit jungen Migranten, mit Alleinerziehenden, mit vielen jungen Menschen aus bildungsbenachteiligten Bereichen. Und wir hatten im Verhältnis zu allen anderen Qualifizierungsangeboten nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung, um die jungen Leute fit zu machen für den Berufsabschluss. Und wir waren erfolgreich. Alle unsere jungen Leute haben den IHK-Abschluss bestanden. Und wir sind gescheitert. Wir sind gescheitert, weil wir den jungen Leuten nämlich versprochen hatten, wenn ihr einen IHK-Abschluss habt, dann habt ihr viel, viel bessere Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. Aber in Wirklichkeit war es so, dass angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit auch die Arbeitgeber trotz Abschluss keine Menschen mit Migrationshintergrund einstellen wollten, keine Alleinerziehenden einstellen wollten. Und nicht Menschen, die vielleicht schon vorbestraft waren. Und das hat uns zu der Frage gebracht, wenn man über solche Prinzipien des Empowerments Leute, die Potenziale von jungen Menschen entwickeln kann, warum machen wir nicht Jobs? Warum fördern wir nicht die Selbstständigkeit von jungen Erwachsenen? Und so haben wir 1998 das erste Gründungsunterstützungsprogramm für junge Erwachsene auf den Weg gebracht. Wir haben nach den gleichen Prinzipien gearbeitet wie in unserem Qualifizierungsangebot. Wir haben gemeinsam mit den jungen Menschen Ideen geschmiedet. Wir haben die unternehmerlichen Kompetenzen gefördert. Wir haben tragfähige Geschäftsmodelle erarbeitet. Das klingt vielleicht für euch relativ banal, weil es scheint gar nichts Neues mehr zu sein. Aber 1998 war das etwas Neues. 1998 konzentrierte sich die Gründungsförderung nur auf sogenannte Opportunity Entrepreneurs, also auf chancenreiche Existenzkünder. Und es gab eigentlich nur die Industrie- und Handelskammer, die Businesspläne geprüft hat. Aber unsere jungen Leute wussten gar nicht, wie man einen Businessplan eigentlich schreibt. Und Copy-Paste aus dem Internet ging damals noch nicht. Deshalb war das eine Innovation, was wir damals entwickelt haben. Und es war wunderbar zu erleben und zu sehen, wie mutig, wie stolz die jungen Erwachsenen waren, wenn sie den Schritt in die Selbstständigkeit gingen und ihr erstes eigenes Geld verdienen. Ich kann mich noch wunderbar an die Story erinnern von unserem ersten Existenzgründer. Fünf Jahre nach dem Start unseres Gründungsprojektes feierten wir in Cottbus. Und auf dem Weg nach Cottbus verfolgte mich ein Mercedes Cabriolet den ganzen Weg dorthin. Und er parkte dann neben mir das Cabriolet. Und aus dem Cabriolet entstieg unser erster Gründer. Er hatte einen hochroten Kopf und sagte zu mir, Norbert, das erwarten meine Kunden von mir. Aber es war nicht alles problemlos, was wir damals erreicht haben. Sondern wir stellten fest, dass wir eine riesige Hürde zu überwinden hatten. Nämlich die Banken wollten unseren Gründern kein Geld geben. Bevor ich studiert habe in Berlin, war ich Bankkaufmann. Habe gedacht, ich kann jeden Banker davon überzeugen, wenn es nur ein gutes Business-Konzept gibt, halt eben auch einen Kredit auszureichen. Aber unsere jungen Menschen hatten kein Eigenkapital. Sie hatten keine Sicherheit. Sie waren vorher arbeitslos. Und der Kreditbedarf war so gering, dass die Banken damit kein Geld verdienen konnten. Also haben wir überlegt, wie kann man eigentlich das Problem lösen. Junus war damals noch recht unbekannt in Europa. Aber ich habe überlegt, wir könnten eigentlich ein Mikrofinanzprogramm aufbauen. Und ich habe die GLS-Bank damals angesprochen, ob sie uns nicht eine erste Finanzierung dafür zur Verfügung stellen könnten. Die GLS gab uns 50.000 D-Mark. Das Land Brandenburg gab uns nochmal 50.000 D-Mark. Und so fingen wir an zu experimentieren mit dem ersten Mikrofinanzmodell in Deutschland. Zwei Jahre später haben wir uns mit drei Organisationen zusammengeschlossen und haben das Deutsche Mikrofinanzinstitut gegründet. Und erhielten daraufhin 500.000 Euro von der Deutschen Bankstiftung. Mit diesem Geld haben wir ein rechtssicheres Mikrofinanzprogramm entwickelt. Und erhielten daraufhin drei Millionen Euro von der KfW und drei Jahre später 100 Millionen Euro von Bundesministerium und das Deutsche Mikrofinanzprogramm zu entwickeln. An dem Prozess kann man zeigen, was eigentlich soziale Innovationen ausmacht. Soziale Innovationen sind Entwicklungen von Innovationen, deren Ziel darin besteht, ein soziales Problem zu lösen. Und das soziale Problem, was wir gelöst haben, war die Beschäftigungslosigkeit von jungen Erwachsenen. Wir haben in den Jahren seither ungefähr 20.000 bis 25.000 Menschen begleitet und betreut. Wir haben deutlich mehr als 5.000 Unternehmen in Deutschland gegründet, erfolgreiche Unternehmen in Deutschland gegründet. Und dafür bin ich dann Ashoka Fellow geworden oder habe auch das Bundesverdienstkreuz für diesen Prozess erhalten. Mit diesen Auszeichnungen habe ich überlegt, wie kann man eigentlich soziale Innovationen in Deutschland fördern? Wie kann es uns gelingen, mehr soziale Innovationen in die Welt zu bringen? Und dann kam es natürlich, es war offensichtlich, wir als Startup-Unternehmen, als Gründungsförderungsunternehmen, kamen sofort auf die Idee, wir fördern Social Startups. Der Begriff kommt auch von uns. Wir fördern Startups, die ein Sozialunternehmen gründen wollen. Aber das alleine reichte uns nicht. Wir haben gesagt, wir müssen weitergehen. Wir müssen ein Ökosystem für soziale Innovationen in Deutschland aufbauen. Und deshalb haben wir die Social Impact Labs gegründet. Die Social Impact Labs sind Hotspots des Austauschens, des Vernetzens, des Zusammenwirkens. Wir sprechen Unternehmen an, wir sprechen zivilgesellschaftliche Organisationen, die Politik und Sozialunternehmen an. Und wenn wir jetzt auf diesen Prozess schauen, kann man sagen, wir haben 500 Sozialunternehmen in Deutschland gegründet. Diese wiederum haben 5000 Arbeitsplätze geschaffen, mehr als 5000 Arbeitsplätze geschaffen. Und sie haben sehr, sehr, sehr viele Awards gewonnen. Wir haben dreimal, unsere Startups haben dreimal den Deutschen Gründerpreis gewonnen, was ja die höchste Auszeichnung in Deutschland ist. Wir haben sieben oder acht oder acht oder neun, die inzwischen Ashoka Fellow geworden sind. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit Sie besser verstehen können, was wir unter Sozialunternehmen verstehen. 2012 kam ein Mann in meinem Alter zu mir und sagte, sein Sohn ist Asperger-Autist. Und wir wissen, Asperger-Autisten haben in Deutschland so gut wie keine Chance, eine Beschäftigung zu bekommen. Sie sind nicht sozialkompatibel, sie sind nicht teamfähig und sie sind wahnsinnig ehrlich, viel zu ehrlich für diese Welt. Aber sie haben halt auch besondere Kompetenzen. Sie können sich stundenlang auf das gleiche Objekt konzentrieren. Sie können, sie wirken besonders dadurch, dass sie hundertprozentige Exaktheit haben wollen. Und sie können viel besser als wir Muster erkennen. Und wenn man sich diese Kompetenzen anschaut, kommt man sofort auf den Gedanken, eigentlich wären das die besten IT-Developer, die es eigentlich gibt. Aber er muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Er muss eine Struktur schaffen, in der sie tatsächlich wirken können. Das hat unser Gründer von Autikon getan. Und inzwischen ist es so, dass vor zwei Jahren Richard Branson eingestiegen ist, mit einem mehrstelligen Millionenbetrag. Und Autikon gibt es inzwischen in vielen, vielen europäischen Ländern, wie auch in Amerika und in anderen Ländern. Das ist ein Beispiel. Oder ein zweites Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist Isho. Isho ist von einem jungen Ingenieur entwickelt worden. Der machte die Erfahrung, wenn er ins Altenheim ging oder ins Pflegeheim ging, seine Großmutter besuchte, dass diese Großmutter ihn gar nicht erkannte. Und er sah dort, dass in den Pflegeheimen mit Therapiebällen gearbeitet wird, dass die älteren Menschen an Bällen spielten. Das sollte offensichtlich das Erinnerungsvermögen verbessern. Und so überlegte er, wenn man einen digitalen Ball entwickeln würde, einen Ball sozusagen, der Musik spielt, der leuchtet, der möglicherweise Bilder von der Familie ausstrahlt, ob solch ein Ball nicht das Erinnerungsvermögen stärken könnte. Und so hat er sich auf den Weg gemacht und einen digitalen Therapieball entwickelt, für den er den Tech Award in Europa gewonnen hat. Das sind zwei Beispiele, die zeigen, wie soziale Innovation entwickelt und welche Wirkung soziale Innovation bekommen können. Wir haben viele andere Ideen entwickelt. Ich könnte jetzt stundenlang über diese Ideen berichten. Was aber wichtig ist als Social Entrepreneur, ist es, nicht nur an den sozialen Geschäftsmodellen zu arbeiten, sondern auch versuchen, diesen ganzen Prozess sozusagen zu mainstreamen. Und vor diesem Hintergrund habe ich im Social Innovation Council des Weltwirtschaftsforums mitgearbeitet. Vor dem Hintergrund habe ich bei der OECD in der Steering Group so ein Social Entrepreneurship mitgearbeitet. Bei dem Expertenbeirat der Europäischen Kommission und dem Deutschen Mittelstandsbeirat. Es geht darum, dieses Thema soziale Innovation und Social Entrepreneurship sozusagen zu mainstreamen zu machen, zu der Form, wie Unternehmen in Deutschland gegründet werden sollten und mit dem Ziel, wie Unternehmen in Deutschland gegründet werden sollten. Wir haben dann vor drei Jahren das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland mitgegründet, mit der Idee, praktisch eine Lobbyorganisation für Social Entrepreneurship und Social Innovation in Deutschland zu etablieren. Wir haben eine Reihe von parlamentarischen Veranstaltungen durchgeführt. Wir waren dreimal im Deutschen Bundestag. Und in diesem Frühjahr hat der Deutsche Bundestag beschlossen, eine Agenda für Sozial Innovation und Social Entrepreneurship und die deutsche Bundesregierung aufgefordert, in diesem Bereich viel stärker wirksam zu werden und neue Förderinstrumente aufzulegen. Es funktioniert. Was ich mit meiner Geschichte für euch alle deutlich machen will, ist, wir können die Gesellschaft formen. Wir können neue Möglichkeitsräume eröffnen. Wir alle können für eine gerechtere, für eine sozialere Gesellschaft eintreten. Wir können die Naturzerstörung verhindern. Wir haben diese Möglichkeit. Das Einzige, was wir brauchen, ist Mut, über uns hinauszuwachsen. Auszuwachsen als Einzelner, als Organisation und als Gesellschaft. Der Erfolg ist das, was dann anschließend folgt. Vielen Dank.